so in dem video befreie ich die superman figur von schleich von ihrer verpackung weil nein mein hund kaut natürlich gleich an der erstbesten figur um die er findet weil ich habe auch noch eine batman figur ausgepackt und da muss mein hund natürlich das ist mein hund um ehrlich zu sein hier wollt ihr mal sehen da ist sie das ist bubbles ist ein kleiner chihuahua der echt total nerven kann manchmal das muss ich dazu sagen so du kannst doch mit der verpackung spielen hier hätten wir die batman figur so da ist sie hier ist die verpackung für meinen hund fertig jetzt packen wir mal die batman figur aus der zerreißt man so fast wenn man sie rausholt ja und das ist nein du darfst sie nicht essen verdammt und das hier ist die batman figur wie man sehen kann wunderschön detailgetreu ausgearbeitet finde ich gut sieht echt sieht echt ziemlich nice aus wenn ich sie jetzt soweit einhalte dann werdet ihr gleich sehen ja ja sie will schon wieder aber hier ist die figur wunderschöne stück der amazon link steht unten drunter verkehrt unten drunter ok ich wünsche euch noch einen schönen tag bis dann ciao